Sie sind hier, 26. Juni 2018, 10.31 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Thorsten Kirschbaum wechselt vom 1. FC Nürnberg zu Bayer Leverkusen Urheberrecht Getty Images Bayer verstärkt sich nach der Verpflichtung von Lukas Hiradecki mit einem weiteren Torhüter. Von Aufsteiger Nürnberg kommt Thorsten Kirschbaum zur Werkself. Bayer Leverkusen verstärkt sich auf der Torhüterposition mit Thorsten Kirschbaum vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg. Zuvor war bereits DFB-Pokalsieger Lukas Hiradecki von Eintracht Frankfurt als neue Nummer 1 verpflichtet worden. Nationalkeeper Bernd Leno verlässt den Werksklub in Richtung FC Arsenal. Der 31-jährige Kirschbaum kommt ablösefrei zu den Rheinländern. Er wird in der kommenden Saison mit Hiradecki und Ramazan Özcan das Torhüter-Team der Werkself bilden. Thorsten Kirschbaum hat durch lange Präsenz und zahlreiche Einsätze in der 1. und 2. Bundesliga große Erfahrung. Er wird auf dem Trainingsplatz positiven Druck ausüben, die Sinne aller schärfen und sich selbst und seine Kollegen täglich pushen, sagte Bayer Sportdirektor Jonas Bolt über den gebürtigen Würzburger und ergänzte, Mit diesen drei Keepern haben wir Top-Niveau und sind bestens aufgestellt.